so ich glaube dass das hier wustro ist also der strand von wustro und diese bunen also diese aufrechten holzfehle auch zu wustro gehören ja von da hinten kam ich irgendwo ganz hinten liegt ahrenzob können ja versuchen das eis zu zertrümmern ich bin in wustro und das ist das ende meiner heutigen wandelung hier gibt es auch Wellenbrecher wie man sieht so so so